Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Es gibt ja übrigens, kann ich das hier erzählen, es gibt ja tatsächlich, man kann sich ja, wenn man Einhörner mag und My Little Pony, da gibt es ja diese Pferdeschweife in bunten Farben, die man sich hinten in den, als Plug, in den, ich habe mich da gerade verzettelt in etwas, ich möchte da nicht tiefer drauf eingehen, das ist einfach eine Sache, da kann man sich was anstöpseln und dann ist man quasi so eine Art My Little Pony im Hausgebrauch sozusagen. Alter, wie das Geräusch überhaupt nicht gepasst hat, Rumpel. Was ist das denn? Das geht nicht. Nee, jedenfalls habe ich im Internet gesehen. Was willst du erzählen? Ja, da kipp ich erstmal um. Ich glaube, ich fange mal an mit den News, um die Situation hier mal ein bisschen zu retten. Ja, bitte ja. Ja, also, interessante Info ist auf jeden Fall, dass ein Spanier, ja, ein spanischer, europäischer Staatsbürger am europäischen Gerichtshof geklagt hat gegen Google. Jetzt fragt ihr euch natürlich, warum hat der gegen Google geklagt? Das liegt daran, der hat verschiedenste Informationen, wurden von ihm preisgegeben auf verschiedensten Websites, wie zum Beispiel Telefonnummer, Adresse und so weiter. Und diese kann man ja easy über Google herausfinden, indem man seinen Namen dann eingegeben hat. Und er meinte halt, ich würde mir wünschen, beziehungsweise ich will, dass Google diese Sucheinträge rausnimmt, wenn ich sage, die sollen raus. Also praktisch Persönlichkeitsrecht. Und da hat er recht bekommen vom Europäischen Gerichtshof, muss man da mal zu erwähnen. Und das Interessante ist jetzt an der Stelle, dass Google jetzt natürlich reagieren muss und eine komplette Abteilung aufbauen muss, wo sie halt diese Beschwerden annehmen und dann halt rausfiltern aus ihren Suchergebnissen. Das wäre natürlich für Google eine riesige Nummer. Interessant ist jetzt aber, dass die Presse sich dazu auch gemeldet hat, ne? Ich lasse dich einfach mal machen. Ach so, ich mache hier nebenbei schon mal Urlaub. Also, also, ich bin hier gerade auf Spiegel, die eben, und die Süddeutsche Zeitung hat gesagt, das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Auch Google unterliegt dem Recht. Ja, der Richter erzieht das Netz. Überfälliges Signal, sagt die Mitteldeutsche Zeitung, Berliner Kurier, verdiente Strafarbeit für Google. Also, man muss sagen, größtenteils ist die deutsche Presse wirklich auch dafür, dass Google sowas rausholen muss. Das wäre eine interessante Thematik, was ihr dazu sagt. Vor allem jetzt ist natürlich die Frage, Google selber stellt diese Inhalte ja gar nicht ins Netz. Google selber sucht sich ja diese Inhalte nur zusammen und präsentiert die nicht, sondern zeigt einfach nur die Suchergebnisse, wo es was über dies und das gibt. Das heißt, Google selber liefert ja eigentlich gar keinen eigenen Content, sondern verweist nur darauf, inwiefern ist Google da jetzt strafbar. Aber andererseits würde ich diese Seiten überhaupt finden mit Informationen über dich zum Beispiel, wenn ich suchen würde, wenn ich nicht bei Google suchen würde, sondern selber manuell die Seiten ansteuern müsste. Das ist ein interessantes Thema. Genau, das ist interessant. Jetzt ist die Frage, wie weit weg ist man da quasi noch von Zensur, wenn Firmen anfangen, wobei da sich nichts in Sachen Persönlichkeitsrecht, eine Firma ist ja eigentlich eine juristische Person gut, aber halt keine Privatpersonen. Ja, interessant ist halt auch, dass die Schweizer, die Zürcher Zeitung, die Zürcher Zeitung wirklich heißt in Zürich, sagt fraglich, ob überhaupt durchsetzbar. Und die Times in Großbritannien schreibt, keine gute Sache, dieses Recht auf Vergessen ist keine gute Sache. Es ist selektiv. Personen, über die es lobende Verweise im Internet gibt, werden diese wohl kaum eine Entfernung dieser Links verlangen. Dieses Recht bedeutet letztendlich, anderen Menschen die Erinnerungen zu verbieten. Hm, kann man sehen, wie man will, muss ich sagen. Also ich finde, persönlich finde ich meine Meinung ist, wenn ich jetzt sagen will, hey, ich will, dass meine Telefonnummer bei Google aus dem Suchindex rausgenommen wird, finde ich das eigentlich okay, dass das verlangen kann. Ja, finde ich völlig in Ordnung. So, jetzt ist natürlich die Frage, was kann man alles, ja, was kann man alles wirklich... Deine Nacktbilder meinst du auch. Ja, die Nacktbilder, den Porno, den ich da gedreht hatte, weißt du? Ich finde es halt insgesamt eine sehr defizite Situation, weil es gibt ja irgendwie 1001 Situation, in der jemand möchte, dass Daten von ihm aus dem Internet gelöscht werden oder aus Google gelöscht werden. Und all diese Situationen muss man irgendwie doch bewerten und irgendjemand muss das machen. Und das finde ich schwierig dabei. Also es ist halt, das schreibt ja auch eine Zeitung, sehr, sehr schwer umsetzbar. Ja, absolut. Aber das Bewerten kann man doch selbst für sich machen. Wenn ich jetzt, ich möchte jetzt zum Beispiel nicht, dass das Foto, wo ich dann besoffen irgendwie mit einer lustigen Mütze auf dem Pillar... Naja, jetzt stell dir mal vor, du bist halt ein C-Promi, der das Foto aber selbst vor einiger Zeit reingestellt hat, um Aufmerksamkeit zu erzielen. Merkst dann aber, dass das nicht funktioniert hat und willst das jetzt wieder weg haben. Wer würde das jetzt sozusagen bewerten und würde dann sagen, okay, in diesem Fall können wir das nochmal wieder rausnehmen oder sagen, nee, Moment mal, du hast das auch selbst reingestellt, du bist ja selber schuld. Moment, aber das Ding ist, wenn ich was selbst reinstelle, kann ich so oder so löschen. Aber ich sehe es jetzt bei Facebook, glaube ich. Nein, 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 nein. Weil sie es verbreitet. Sobald du, sobald wir mal den Status eines C-Promis erreichen und du dann anfängst, deine Nippel-Piercings in Internet zu stellen, Ah, das wollte ich ja nicht machen. Die verbreiten sich, die verbreiten sich, ich habe übrigens ein Piercing von gestern, habe ich hier, habe ich dir mitgebracht, habe ich hier gerade noch gefunden. Ah, warte mal, das muss ich mir gerade mal wieder. Gut, das wollte ich nochmal ganz kurz, nee, aber sobald das. Oh, mein Prinz Albert ist verrutscht. Oh, das ist doof, warte, ich hole den Hebekran. So. Nee, auf jeden Fall, weiß ich nicht, es gibt halt immer mal Bilder, die man vielleicht auch selber reingestellt hat, vor allen Dingen, als man jünger war, da warst du besoffen auf einer Party, irgendwas, kann ja alles sein. Genau, man weiß ja nicht, was man da. Später, genau, später willst du dich bewerben, das muss ja kein C-Promi sein. Und dann ist es peinlich, wo du da einfach mit deinem Gesicht voller Kotze irgendwo im Hundeurin liegst, ist dir dann plötzlich erst peinlich, weil vorher war es ja cool, weißt du, und dann willst du es rausnehmen, aber es hat sich schon längst verbreitet einfach überall, weil das ist dann irgendwie, ist ein Meme geworden oder sonst irgendwas, und dann kannst du eh knicken. Und wie willst du es dann noch rauskriegen? Wie jemand geschrieben hat, das Internet vergisst nie, was ja auch stimmt, aber damit muss man leben. Das muss man sich halt vorher auch überlegen. Ich finde es ja schön, dass wir über so ein ernstes Thema reden und auf Twitter eigentlich nur über, weil es Prinz Albert gesprochen wird. Ja, also Prinz Albert runden wir durch. Interessant auch finde ich, dass die Leute wissen, was ein Prinz Albert ist. Was ist ein Prinz? Das weiß man, das gehört ja inzwischen zur allgemeinen Bildung. Prinz Albert kennst du auch von Monaco. Von Disney, ich kenne von Disney Prinz Albert. Das ist ein schöner Doppeldeutiger, ne, bei Disney. Aber das ist echt ein interessantes Thema eigentlich. Also Google muss sich warm anziehen, da wird jetzt viel, viel, viel auf sie zukommen. Die tun mir schon ein bisschen leid, die Abteilung, aber Google wird es sich leisten können. Okay, wir machen jetzt mal ganz kurz, ganz kurz noch mal Folgendes. Solltest du heute Geburtstag haben, Happy Birthday. Ja, auch von meiner Seite. Solltest du jemanden grüßen wollen, sei gegrüßt, Person, die gegrüßt werden soll. Das finde ich super. Da haben wir direkt mal alles hier. So, haben wir einfach direkt schon mal hingekriegt. Was hältst du denn von dem Hans-Rüdiger Giger? Ja, der ist leider gestorben. Hans-Rüdiger, also HR-Giger ist hingefallen und gestorben. Hatte ich auf Facebook ja schon geschrieben. Das ist quasi der Aschaffer von skurrilen Welten und Geschöpfen, wie zum Beispiel Aliens oder Species, wer es gesehen hat. Oder damals auch das Spiel Darkseed 1 und 2. Habe ich persönlich gefeiert, da war ich noch so groß. Und der ist leider gestorben, indem er hingefallen ist. Er war 74 Jahre alt und das ist, glaube ich, ein unrühmlicher Tod für jemanden in der Position, glaube ich. Weil er war ja wirklich einer der bekanntesten Aschaffer von diesen düster Welten, von, ich weiß nicht, auch super, der Rumpel meinte, der wurde super oft kopiert, auch für Metal-Cover und so weiter und so fort. Und der ist einfach gestorben, indem er hingefallen ist. Das finde ich, tut mir leid, Hans-Rüdi, Hans-Rüdi war es. Tut mir leid, Hans-Rüdi. Ich wusste nicht mal, dass er Hans-Rüdi heißt. Ich hatte so einen Respekt vor dem Mann, dass ich immer nur HR-Geiger, habe ich sogar mal gesagt. Geigerzähler? Ja, wegen Geigerzähler, glaube ich. Ich weiß nicht, warum. Und hatte auch nicht auf dem Schirm, dass er ein Schweizer ist. Ich habe nur die Werke halt verfolgt, immer, nicht die Person. Und das ist, ich habe das Gefühl, es sterben immer mehr bekannte Leute, die man so kennt. Ist so. Das ist leider der Lauf des Lebens. Seit Michael Jackson, pam, 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 pam. Dazu kann ich einen schönen Satz sagen. Jede Reise, egal wie sie wird, ist ein Erlebnis, aber die letzte ist für immer. Aber ist nicht jede Reise für immer? Nö. Du konntest ja wiederkommen. Kannst du noch mal sagen? Nee, sag ich nicht noch mal. Sag doch mal. Der Rumpel spielst dir was ein, ich weiß genau. So ein vernünftiger Satz, der ist mir, den habe ich gestern, habe ich mir da eingefallen. Jede Reise, egal wie sie wird, ist ein Erlebnis, aber die letzte Reise ist für immer. Okay, und weißt du was, was der Herr Giger auch hätte gut machen können, wären Zombie-Filme, oder? Die hätte er auch noch umsetzen können. Boah, ich glaube, das wäre nicht seins gewesen. Ich glaube, das wäre zu low, aber ich weiß natürlich, weißt du, weißt du, weißt du, weißt du, weißt du, weißt du, aber weißt du, wer sich mit Zombies gut auskennt, Saratza? Ja, das amerikanische Militär, das kennt sich mit Zombies sehr gut aus und hat sogar einen Plan geschaffen, was würde passieren bei einer Zombie-Apokalypse. Ja, dieses gute Stück ist jetzt rausgekommen. Laut dem amerikanischen Militär ist das nur ein Test für Studenten gewesen, die sich mit einem fiktiven Szenario befassen sollen. Allerdings ist dieses ganze Ding ziemlich spaßig gewesen. Und wir wissen jetzt, im Notfall, wenn es eine Zombie-Apokalypse gibt, wird das ausgegraben. Das ist ein Schriftstück von 2011. Und der Gronkh, der hat da ein paar Zombies auch auswendig machen können, was es so für Zombies geben könnte. Aus dem Dokument, da wird quasi nochmal ausführlich unterschieden zwischen verschiedenen Zombies. Und da gibt es zum Beispiel die pathogenischen Zombies, die sind Lebensformen, die erstellt werden. Also ich weiß nicht, Rumpel, hast du einen Link dazu vielleicht eingeblendet in der Bauchbinde, wenn jemand gucken möchte, selber mal? Oh, nee, den habe ich nicht. Aber man kann, ihr könnt dieses Paper, warte mal, ich erstelle eine Bauchbinde im Moment. Super, machen wir gleich. Dann lese ich schon mal ein bisschen vor. Pathogenische Zombies sind Zombies, die quasi ganz klassisch infiziert wurden von bakteriellen Lebensformen. Es gibt Radiation Zombies, also Zombies, die von Radioaktivität befallen oder durch Radioaktivität entstanden sind. Die Evil Magics. Dann, das ist das Beste, EMZ Evil Magic Zombies. Zombies, die durch zum Beispiel Voodoo erstellt wurden, durch okkulte Experimente und so weiter. Dann gibt es noch Weltraum Zombies. Und das ist ein ganz offizielles Dokument hier, wobei das ja eher da unten haben wir es. Suche nach Conplan 8888. So, das ist ein offizielles Militärdokument, was aber, glaube ich, eher zum Spaß erstellt wurde, nachdem man quasi so einen Zombie-Drill erstellen sollte oder machen sollte. Das ist ausnahmsweise mal das amerikanische Militär selber geleakt. Die finde ich gut, finde ich aber echt gut. Dann gibt es noch Weaponized Zombies, Zombies mit Symbionten. Symbionten ist ja irgendwas, was sich im Gehirn einpflanzt und dann irgendwie den Körper kontrolliert, wie das bei uns auch der Fall ist. Das war ja hier bei dem Sarazal-Spiel so, ne? Das Schlimmste? Last of Us. Ja, stimmt. Das waren ja Ameisen. Naja, aber das sind die Symbionten-Zombies. Das Schlimmste ist VZ. Das sind vegetarische Zombies. Kennt ihr vielleicht von Schüler-VZ? Ja, die fressen die ganzen Pflanzen einfach weg. Das ist einfach die Natur weg. Und das ist Plans vs. Zombies. Ja, dann ist die Natur weg quasi. Stell dir mal vor, alle würden nur noch Pflanzen essen, dann ist die Natur weg. Ist die Erde kam. Ja, Kreipterastrophe. Dann kannst du nichts machen. Ne, das ist ja echt schlimm. Was soll denn? Dann müsste ich jetzt auch... Stell dir mal vor, dann verwandeln sich noch Kühe als Zombies. Wahrscheinlich ja. Oh mein Gott. Und die fressen jetzt schon Gras. Oh mein Gott. Das ist ja unfassbar. Aber was denn mit den Chicken-Zombies? Die sind auch sehr lustig. Das Lustige ist, Chicken-Zombies gibt es wohl angeblich wirklich. Ist die einzige Zombie-Art, die es angeblich, also die es wirklich geben soll. Das sind quasi Legehennen, die nicht mehr legen können, die sind alt geworden, können nicht mehr legen und die werden mit so einem Gas eingeschläfert und dann quasi begraben. Ne, und dann wachen die aber nochmal auf. Aus dem Tod raus wachen die nochmal auf. Das ist genauso, wenn man den Hühnern in den Kopf abschlägt, laufen die nochmal so ein bisschen rum. Diese Legehennen wachen dann nochmal auf, graben sich aus der Erde frei und laufen dann quasi tot noch auf der Erde rum, bevor sie dann wirklich umfallen. Gruselig. Das ist ein bisschen gruselig. Gut, dass wir Menschen das nicht machen, sonst wären Friedhöfe ein beliebter Freizeitpark. Alter. Du wohnst mit dem Friedhof und dann laufen die alle rum. Alter, die Toten, das wäre schon heftig. Ich finde es krass, dass da noch irgendwie, auch dieses, wenn man dem Hohen in den Kopf abschlägt, das sind ja so Zuckungen noch elektrisch. Aber wenn man das dann begraben hat, das ist doch nur ein paar Sekunden danach. Ja, ja, aber das wacht dann wohl nochmal auf. Ich weiß nicht, in welcher Zeit. Ich wage das zu bezweifeln. Irgendwie scheint dieses Gas nicht wirklich wirkungsvoll zu werden. Ich wage das sehr zu bezweifeln. Ich lese doch nur vor, was da steht. Vielleicht wacht der Organismus nochmal auf. Ich weiß es nicht genau. Ich kann, also ich bin jetzt auch kein Veterinär. Naja, wir wissen auf jeden Fall, die Amis sind vorbereitet, sofern es zur Zombie-Apokalypse kommt. Dann wird dieser Plan 8, 8, 8, war es noch eine 8? Ja, 4, 8. Noch eine 8 wird dann ausgepackt. Die Frage ist aber, seid ihr auch vorbereitet? Ja, das ist natürlich die Frage. Der Rumpel auf jeden Fall, weil da wissen wir ja, da können wir schnell zum Supermarkt einsteigen und dann das ganze Zeug holen. Genau. Aber persönlich würde ich bei so einer Zombie-Apokalypse wahrscheinlich sogar aufs Land gehen. Irgendeinem Bauernhof. Unbedingt. Ja, unbedingt. Aber am besten einer, wo schon Zaun ist. Genau, irgendwas. Ein Bauernhof, wo du auch selber was anbauen kannst. Innenstadt ist Katastrophe, würde ich nie machen. Nicht da, wo viele Menschen waren, sondern irgendwo hin, wo du selber sich auch versorgen kannst. Ja, sie ist ja auch bei Walking Dead und Co. Ja, das ist wirklich das Sicherste bei der ganzen Angelegenheit. Auf der Insel, einfach, weißt du nicht, Amrum oder so, gehst da drauf, säuberst da alle Zombies weg und dann hast du die für dich. Aber ich frage mich, können Zombies schwimmen oder nicht? Das weiß man ja eben alles nicht. Nee, die laufen am Grund entlang einfach. Nee, das Problem war, 28 Days Later war zum Beispiel, dass die Zombies das nicht hinbekommen haben. Doch, das können die nämlich. Nein, da sind die verhungert. Da sind die alle im Schwimmbad drin und kommen nicht raus. Nein, da sind die verhungert. Bei welchem Film war denn das oder Serie? Die Zombies sind verhungert. Die Zombieland war das. Nee, nee, es gibt, wo war denn? Stimmt, bei Zombieland, ja. Ich glaube, das war der Anfang von Walking Dead, wo sich einer der Zombies noch erinnert hat, wie eine Tür funktioniert, wo dann nicht immer nur boom, gegenlaufen. Das finde ich am gruseligsten, wenn es wirklich Zombies gibt, die sich noch erinnern können an das Leben oder so an diese rudimentären Funktionen, die man so automatisch macht, dass die dann wirklich teilweise ein Fenster öffnen können oder wirklich dann mobil sind oder vielleicht, ich sag mal vor, die können Boot fahren oder Helikopter fliegen, wenn auch nicht richtig, aber zumindest kriegen sie es gestartet und fliegen dann rum oder irgendwas. Helikopter, das fände er oben haben. Oder die Drogen verkaufen. Ja, obwohl so dumm sind die Zombies ja zum Beispiel, wenn ich mir World War Z angucke oder World War Z oder wie auch immer, wie die sich dann alle selber hochstapeln, um in die Mauer zu kommen. Ist auch clever. Ich finde ja auch die schnellen Zombies, die kamen ja mit 24 Days Later, kamen die ja das erste Mal. Ja, 28 Days und 28 Days. 28 Days, ja genau. Ja, das war doch das, wo die Frauen waren. Da sind die auch schnell gewesen zum ersten Mal, das fand ich auch gruselig. Ja, der Film war auch nicht schlecht, war nicht schlecht. Muss ich sagen, ich mag ja Zombie-Stories auch Wunder. Also diese klassischen Zombies finde ich inzwischen schon ziemlich... Walking Dead zog ich auch gerade wieder, nur ein Traum. Klassische Zombies finde ich übrigens öde inzwischen, die einfach nur so äh, äh gehören. Nee, kommt doch mal an. Wenn das richtig viele sind... Ja, wenn das richtig viele sind, finde ich das krass. Da laufst du aber weg, aber die kommen nicht hinterher. Bei Walking Dead finde ich die Zombies eigentlich ziemlich gut. Auch das mit dem, dass man sich einschmieren kann. Aber die sind teilweise auch schnell und alles. Das geht, nicht so richtig. Also ja, schon. Also bei den klassischen Zombies, wenn du da ein Fahrrad hast, hast du gewonnen. Dafür hast du einfach weg. Aber auch bei Walking Dead. Ja, gut. Aber die haben ja keine Fahrräder. Das ist zu high class. Ja, das ist das schon. Wer auf jeden Fall auch, äh... High class ist. Ja, oder nicht unbedingt so high class. Boah, dann ich will den sehen. Wer angeschissen wird. Ja, das sollte man uns vielleicht mal angucken. Hast du den Film da, Rumpel? Ja, der wird euch gezeigt. Aber vielleicht soll ich kurz ein Intro machen, ne? Mitkriegen wir den mit dem Ton? Also es gibt da ein, ein dänischer, ein dänischer Politiker wollte einen, hat einen Wahlwerbespot gemacht, der doch sehr, 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 sehr umstritten angekommen ist. Ich würde mal sagen, wir schauen uns das ganze Ding an, bevor wir groß um den heißen Brei reden. Zeig mal. Wo ist das denn, die Europa-Präumeins-Wähle? Nein, ich dachte, du hättest, Springer. Ja! Wenn, wenn es eine Europäische Parlaments-Elektion gibt, es gibt einen Mann, den du musst, um... Hallo? Voteman, wir wollen da. Voteman, komm. Hey, Tom. Was? As a young man, Voteman forgot to vote at a European Parliament election that taught him a painful lesson. No influence on climate regulations, agricultural subsidies, chemicals in toys, and the amount of cinnamon allowed in his cinnamon buns. Horrified by this, he decided he would dedicate his life making everybody vote. So, if you're not going to vote, don't try to run, don't try to hide, because he will hunt you down, he will find you, and he will make you vote. So, what you gotta do, you gotta vote. So, und ganz ehrlich, ich muss über den Clip lachen. Ich find den lustig, ganz ehrlich. Und da haben sich halt sehr, sehr viele Leute angestellt und gesagt, boah, das geht ja gar nicht, das ist ja völlig überzogen, ist natürlich so eine Frage. War das überzogen? Wegen den Sex-Szenen und so, aber ich find, da gehört doch ein bisschen Humor, darf man doch noch haben bei so einer Sache. Ja, eigentlich schon. Greenpolitik ist immer komplett humorlos, und zwar durch die Bank hat man so das Gefühl. Der Muskelprotz mit der behaarten Brust entledigt sich der fünf Frauen, die ihm gerade einen Blowjob verpassen und geht auf Wahlverweigererjagd. Er bewirft sie mit den Sternen der Europa-Flagge, zerrt sie aus dem Bett, reißt ihnen den Kopf ab oder boxt sie bei Bodycheck in die Stimmkabine. Ja, das ist natürlich alles total überdramatisiert, aber ich glaub, das darf man alles, warum nimmt man denn heute alles so ernst verdammt nochmal? Was ist denn los geworden mit den Leuten? Warum muss man dann das ganze Leben immer so bieder sehen und so völlig humorlos? Ich versteh's nicht. Aber auch selbst wenn ich das mit Humor sehe, muss ich trotzdem WTF sagen. Ja, natürlich, WTF auf jeden Fall. Aber ganz ehrlich, auf YouTube ist so ein Ding, ohne politischen Hintergrund natürlich, wär das der Hit. Außer natürlich, oh ja, hier, äh, 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 Masuch, nee, nicht Masuchismus, wie heißt das hier, Macho, Pipapo, und der ganze Scheiß. Immer der gleiche Scheiß, immer aufregen über alles, immer ärgern über alles. Aber es hat genau seinen Zweck erfüllt, nämlich die Leute sprechen über die Wahl am 25. Nö, die sprechen, glaub ich, eher über das Video als über die Wahl. Ja, glaub ich auch. Nee, ich weiß nicht, ich glaub, das haben wirklich viele mitbekommen. Ja, ich kann mal den Satz so aufnehmen gerade. Achso, dein Ratzer ist wieder umgefallen. Ja, klar. Ja, der wird eh wieder umkippen, ey. Wir haben ja schon so fett da, turbofett geklebt, aber... So, würde mich animieren zu wählen? Also, ja, wär mal ne interessante Frage, würde dich das animieren zu wählen, wenn Voteman bei dir vorbeikommt? Ansonsten natürlich, der kommt dann nur bei dir vorbei, wenn du nicht gehst. Also, ganz ehrlich, wenn ich da gerade irgendwie, nee, wird der mir ziemlich auf den Sack gehen. Aber es ist eigentlich wichtig zu wählen, das muss man ja auch immer betonen, ne? Es ist echt ne Sache. Ja, das hier, aber ich hab so das Gefühl, dass du, seit den 80ern, 90ern, damals war alles politisch aus Holz, nee, nicht politisch, es war alles viel lockerer einfach. Es war viel lockerer. Da wurde nicht immer auf alles geachtet, ob auch alles wirklich irgendwie politisch korrekt ist. Boah, kann ich schwer sagen, ehrlich gesagt. Ich hab das kleine Ausschöne, nein. Also, in den 80ern der DDR mit Sicherheit nicht. Naja, DDR, wir sind ja nicht, also wir sind ja nicht aufgewachsen. War das lockerer? Boah, weiß ich nicht. Das auf jeden Fall. Wenn ich mir Serien angucke, random Stimpy und den ganzen Krams, Alter, was da gelaufen ist, dann geht das ja harmlos. Ja, da gibt es viele Serien hier, Family Guy und... Das ist harmlos, Sages, alles völlig harmlos. Da klappt nirgends der Schädel auf und das Gehirn geht raus und... Ach ja, gibt's aber auch. Gibt's aber auch heute. Also, gerade bei, wenn ich die Kindersendung angucke, denke ich manchmal, was geht denn jetzt ab? Macht ihr eigentlich Briefwahl, wenn ihr in den USA seid? Das ist ne gute Frage, ob das geht. Ja, man kann das vorher auch machen, wenn man will. Also, sich vorher anmelden. Ich hab auch schon so ein Schriftstück und alles bekommen, wo ich mich natürlich wählen kann. Ich muss sagen, die EU-Wahl ist so ne Sache. Ja, eigentlich ist sie ja sau wichtig. Aber das ist so ne, so ne, so ne Wahl, vor der entfernt man sich auch schnell mal, ne? Ja, vor allem bei der EU bin ich so ein bisschen... Weiß ich nicht. Ganz ehrlich, man hat so das Gefühl... Also, das ist meine persönliche Meinung, ich bin da sehr subjektiv. Vorsicht, was ihr jetzt sagt, sonst kommt der Vote-Man. Ja, ne, aber ich wähle trotzdem. Aber ich hab so das Gefühl, dass es fast egal ist, was man wählt, so ein bisschen. Erstens ändert sich sowieso nix. Du kannst ja nur die üblichen Verdächtigen wählen oder wählst was anderes und es bringt nichts. Weißt du? Oder du wählst halt. A, ändert sich sowieso nix hier. Und zweitens wird es überstimmt durch die EU, weil die eben wieder einen eigenen Tanz macht. Und da hab ich so ein bisschen das Gefühl, weiß ich nicht, ob da... Gerade EU-technisch, ob das die Demokratie nicht ein bisschen ad absurdum führt. Ich weiß es nicht. Ist meine persönliche Meinung. Ich lasse mich aber gerne korrigieren, was das angeht. Auch gerne von euch beiden, wenn ihr da jetzt... Naja, also die EU-Wahl geht ja gerade darum, dass man als Bürger eben Leute in die EU wählt, die dann eben für einen entscheiden oder für das entscheiden oder für das kämpfen, was man da... Klar. Aber das ist ja wieder auch irgendwie ein bisschen abseits. Also diese ganze Konstellation ist sehr, sehr interessant. Was? Ganz ehrlich. Ich finde, ich muss einfach mal sagen, ich finde es erstmal, da komme ich wieder zum Schulsystem zu sprechen. Erstmal, warum werden wir nie über die Parteisysteme aufgeklärt in der Schule? Was gibt es da überhaupt bei der Urwahl zu tun? Muss man das echt jetzt in LPT machen? Ja? Ganz ehrlich. Was ist mit der Bundestagswahl? Da fällt der Sarraza um, weil der sauer ist. Ja? Warum lerne ich keine Steuererklärung? Warum lerne ich so viele Sachen nicht für mein Leben in der Schule? Bitte, liebe Lehrer, wenn Sie das sehen, ändern Sie etwas. Die können nichts dafür. Die Lehrer können... Natürlich, die können auch mal hingehen. Ach, die können nur... Wir hatten Parteisysteme in der Schule damals. Parteisystem hat es vielleicht mal eine Stunde in der US oder so. Da könnte es theoretisch über politische Gesinnung fast eine Stunde die Woche machen. Ja, ganz ehrlich. Wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wenigstens einmal im Monat so eine Stunde. Stattdessen kriegst du das eine Geschichte oder sowas. Egal. Also ich weiß nicht, wie das heute in den Schulen ist. Das kann man ja auch mal auf Twitter jetzt lesen. Aber ich nehme schon an. Es gibt ja Sozialkunde und so weiter. Da wird sowas durchgenommen. Ich weiß nicht. Ja, aber... Politikwissenschaften gehören mit zur Geschichte dazu. Also wir werden sehr informativ über die Wahl aufgeklärt. Es ist ein schwieriges Thema. Und vor allem, dass das Blödeste dabei ist... Sorry, ich sitze hier... Die Wahlmechanismen sind bescheuert. Das Blödeste dabei ist, man kann natürlich vieles kritisieren. So wie ich das gerade auch gemacht habe. Man kann vieles anprangern. Das Problem ist einfach, man kann die Probleme zwar alle aufzählen. Das ist einfach. Aber die Frage ist, wie schafft man da Lösungen? Wie schafft man da Änderungen? Wo fängt man da an? Und wie das alles verknüpft ist miteinander. Da fehlt einem auch... Und hier, genau. Ich werde auf keinen Fall wählen, weil ich habe ja keinen Plan, was. Ja, das ist... Genau das ist das Problem. Weil man auch nicht wirklich aufgeklärt wird. Es gibt so viele Parteien, über die habe ich noch nie was gehört im Leben. Ja, aber jetzt muss ich... Ja, du musst dich dann aber wirklich dransetzen durch ein Kauderwäsch. Man kann sich ja... Man muss sich schon auch... Politik ist keine Sache, die man eingetrichtert bekommt. Man muss sich schon auch selbst ein bisschen darüber machen. Ja, aber ist das nicht falsch? Nö, wieso? Ich finde, Politik kannst du dich natürlich entscheiden. Nee, Politik und Demokratie bedeutet, dass das Volk selbst in Aktion tritt. Ja, aber es wird doch nicht mal das Volk aufgeklärt, was es für Möglichkeiten hat. Natürlich wird es das aufgeklärt. Wo? Man kann sich diese Informationen jederzeit aus dem Netz holen. Ja, das macht ja auch jeder. Wobei ich das verstehe, wenn man selber tatsächlich... Da muss man selber Interesse zeigen und sich selber so ein bisschen da reinkriegen und informieren. Das stimmt schon. Das ist ja bei Demokratie, dass das Volk Macht ausübt. Und das kann das nicht, indem es, sagen wir mal... Unwissend ist oder... Unwissend ist oder beziehungsweise indem halt ihm alles vorgesetzt wird. Das ist ja keine Demokratie. Genau, das finde ich auch. Genau, das finde ich auch. Nee, aber das ist halt... Was heißt vorgesetzt? Ich finde einfach... Du hast ja Politik in der Schule, teilweise. Wir hatten es nie wirklich. So, und ich finde, du wirst nicht wirklich aufgeklärt über die ganzen Parteien, was die machen. Weißt du, was mein Problem ist? Wenn ich jetzt mit 18 aus der Schule begangen, bei einer ersten Wahl durfte, da musste ich im Internet googeln. Ja? Was macht überhaupt die Partei? Was hab ich von der? Was hab ich von der? Ich wurde nie in der Schule, hab ich niemals einen Bericht über die Parteien. Objektiv. Du musst ja nicht sagen, hier, wähl du das, der Lehrer oder so. Muss natürlich objektiv gestaltet sein. Wo man durch die Parteis wehren, wie wählt man und all sowas. Das Problem ist, wir hatten, glaube ich, Politik hatten wir tatsächlich in der Schule. A, kann ich mich an nichts mehr davon erinnern. Bei uns gar nichts war alles nur beim zweiten Weltkrieg, genau. Und zweitens konnten wir, haben wir auch, glaube ich, nie über Parteien geredet, sondern immer nur so Politik im Großen und Ganzen, wie das vielleicht funktioniert oder wie der Bundestag funktioniert. Aber es gab keine Wahlprogramme, es gab gar nichts, wir wurden halt auch nicht darauf vorbereitet. Das waren alles Sachen, die muss man sich dann selber arbeiten. Und du weißt aber zum Beispiel, wie Hitler die Demokratie ausgehebelt hat. Ja. Ja, sowas lernst du halt. Genau. Perfektes Beispiel. Aber vor allem heute? Was? Das stimmt. Welche Partei? Und ich muss ja sagen, ich bin selber nicht der Experte. Da muss ich mich auch noch mal reinfuchsen, ehrlich gesagt. Ich habe das sonst noch mal gemacht, so Wahlprogramme lesen. Aber ganz ehrlich, wenn ich Wahlprogramme von Parteien lese, da kann ich mir auch ein Witzebuch holen. Ganz ehrlich, da stehen Sachen drin einfach, das ist einfach Populismus, was da betrieben wird. Da stehen Sachen drin, wie, das kann ich jetzt mal aufzählen, wir brauchen mehr Bildung, mehr Schulen, mehr Arbeitsplätze, wir brauchen mehr Geld für alle, die Reichen sind doof, die Armen sind toll. Das ist der übliche, der übliche Ranz, der überall drinsteht. Und das steht in jedem Parteiprogramm, weil in Grün vielleicht noch AKWs nein, grüne Energie ja. Und das ist halt... Was ich auch bei den Parteien... Aber was da wirklich hinter steckt, das ist die Frage. Ja, was bei den Parteien echt problematisch bin, dass die Hälfte halt einfach eins für eins fast gleiches Wahlprogramm hat, mit ein paar Differenzen. Ja, genau, genau. So, und dann denke ich mir doch... Und dann gibt's am Ende die Koalition, egal was du wählst. Es gibt die Koalition und egal was du gewählt hast, am Ende kommt auch wieder was anderes dahin. Ja, aber trotzdem... Dann fangen sie ja alle an natürlich ihre Wahlversprechen zu brechen, was natürlich noch dazu kommt. Das sehe ich ganz genauso. Und du hast ja im Prinzip gar keine andere Wahl, wenn man mal ganz objektiv ist. Außer ZDF, äh, ZDF sag ich schon, CDU oder SPD. Ist ja wirklich wahr. So, was willst du machen? Einer von beiden wird eh die Koalition anführen. Und wenn nicht, dann machen sie zusammen. So, was bleibt mir also anderes übrig? Wenn er jetzt so eine Partei hat, die klein ist, eh nicht die Fünf-Prozent-Grenze. Obwohl, das wollen sie ändern, ne? Mit der Fünf-Prozent-Hürde. Hab ich gehört. Dass sie verkleinert werden. Ist auch egal. Kommt. Da freut sich ja die AfD. Wir zocken jetzt mal ne Runde. Unterm Strich, wir fordern sozusagen in den Schulen... Mehr politische Bildung. Mehr politische Bildung. Transparenz hätte ich gerne. Also einfach Parteilandschaft und einfach Steuerhinterziehung. Ja, genau. Steuerhinterziehung. Es gibt so viele Sachen. Steuerhinterziehung. Übrigens, tatsächlich interessant, man wird tatsächlich im Steuersystem in Deutschland so erzogen, dass man versuchen muss, den Staat zu bescheißen, weil man dadurch mehr Geld spart als jemand, der ehrlich seine Steuern zahlt. So wird man erzogen. Ist wirklich wahr. Und du wirst quasi erzogen zu bescheißen. Was ist das denn für ein System? Und deswegen, wenn es an mir ginge, was Steuern angeht, da kann ich ja auch noch erzählen, aber ich hätte einfach gerne mehr Transparenz. Hätte ich gerne mehr. Wirklich Transparenz. Nicht der gläserne Bürger, sondern vielleicht mal der gläserne Politiker. Wer wäre es denn damit? Oder die gläserne Politik an sich? Das wäre doch mal schön. Das stimmt. Du überfährst ja auch viel gar nicht als normaler Bürger hier in Deutschland. Ja. Aber man muss ja auch da jetzt bei eiler Meckerei bei Deutschland sagen, dass wir glücklich sein können, dass wir überhaupt in so einem Land leben, wo wir schon viele Schritte absolviert haben, wo leider 90 Prozent der anderen Länder noch viel lernen müssen. Ja, ja. Momentan habe ich das Gefühl, wir gehen viele Schritte seitwärts, aber keinen geradeaus. Ja. Also hier auf Twitter wird gesagt, dass das Niveau zu hoch ist. Wir müssen dringend mal wieder Zäpfchenwitze machen. Oh. Ja. Rumpel, du schwule Socke. Voller Zäpfchenwitze. Nee, das war jetzt der Hammer. Hm. Ich habe sogar ein Schild gemalt. Sollen wir eine Runde zocken? Ja. Was? Nee, jetzt bin ich Depri, jetzt zocke ich nicht mehr. So. Ist gut für die letzte Sendung vor der Reise, ist das Thema besonders gut. Weil das die Stimmung einfach wieder... Wir spielen heute Count of the Wind. Ich finde es interessant, dass da anscheinend Diskussionsbedarf herrscht. Auch auf Twitter finde ich das super interessant, dass man so viel Feedback hat. Die Leute wollen ja offenbar ein bisschen was darüber wissen. Die wollen auch darüber reden, aber du hast ja einfach gar keine Chance. Wo denn? Wann denn? Wie denn? Ja, ist leider wahr. Und dann wirst du einfach, ja jetzt gehst du zur Wahlurne, mach dein Kreuz, dann heilt die Fresse. So ist, weiß ich nicht. Gut. Skytop Prototype. Wir spielen jetzt eine Runde Cult of the Wind, wo wir schon darüber reden. Der Kult des Windes. Und das spielen wir im Multiplayer. Das Spiel ist ziemlich neu, Early Access auf Steam zu haben. Gibt erst zwei Karten. Wir zocken heute die Runde Skytop Prototype. Das ist also eine Prototypenkarte, die wir euch hier zeigen können. Cult of the Wind ist noch nicht fertig, muss man dazu sagen. Aber ein sehr interessantes Spiel. Wir spielen einen Spielmodus, der ein bisschen an Capture the Flag erinnert. Und es geht darum, dass wir Leute spielen, die denken, sie könnten fliegen. Das ist mal was wir zeigen. Sie wären Flugzeuge, so oder sowas. Genau. Leute, die denken, sie wären Flugzeuge und laufen da halt rum. Das ist eigentlich ein Shooter, aber die Leute denken, sie sind Flugzeuge. Ich weiß nicht, was man genommen haben muss, um auf die Idee zu kommen. So, ich bin Access und Roster und der Server ist LPT. Ich suche, ach ja, ist ja eine. So, man sieht das hier schon, wenn ich mal so... Gerade eben hat es eine Ping-Rate von 9000, das habe ich auch selten gesehen. Oh, das ist interessant. Vor allem, weil wir nebeneinander sitzen. Das muss ja so sein. Ich versuche zu joinen. Ich hole mir schnell die Map. Ja, ist ja toll. So, bevor du die hast. Hahaha. Das ist ja toll. Ich sehe dich, aber ich habe noch keine Ahnung, wie ich hier joinen kann. Du kriegst nichts hin, du kriegst es nicht hin. Ich werde es schaffen. Ich hole mir die... Ja, mann. Capture the Flag, baby. Hä? Du bist ja blau, oder? Ja, ja, aber ich kann nichts machen. Du holst ja schon ganze Items zu sacken. Ja, ja. Ich bin schon am Boden. Also das Spiel ist teilweise so hier und da noch ein bisschen buggy stellenweise. Zum Beispiel sieht man gar nicht die Schuss-Animation. Ich will spielen Capture the Flag und ich habe hier die Karte. Das sieht einfach total bescheuert aus, wie die die Armen so... Guck mal, jetzt habe ich den Speed ab. Und der läuft gerade schon zurück über dir drüber zurück. Das wurde ja so angezeigt gerade. Der Sarazar? Ja. Das würde ich gerne haben. Wo bin ich jetzt hier reingefallen? Ach Bugs. Nein. Werde ich jetzt verquetscht? Alter, das war knapp. Na toll. Ich habe die erste Flagge abgegeben, mein kleiner Freund. Normalerweise spielt man das natürlich zu mehreren und nicht zu zweit. Aber ich bin der beste Programmer der Welt. Ich habe das gar nicht. Vor allem hast du es. Du hast es ja schon gespielt vorhin. Ich habe das noch gar nicht gespielt. Na klar. Sagen sie alle. Ja, ist ja so. Du hast mit dem Rumpel schon gespielt, du kleiner Drecksack. Ich weiß, wie es funktioniert. Man braucht ewig viele Schüsse, bis ich dich nicht mehr drauf kriege. Das Geilste ist, dass die Munition sogar teilweise gar nicht mehr so weit... Was machst du denn? Hä? Ich habe dich erschossen, danke. Wieso habe ich dich nicht erschossen? Ich habe die ganze Zeit Headshot gemacht. Ja, es zählt nicht. Aber das Spiel ist schon ein bisschen low. Mensch. Also man sieht unten links die Munition und dann haben wir noch so komische Raketen. Das habe ich bis heute nicht gecheckt, muss ich ehrlich sagen. Und das Leben ist dieses Flugzeug unten rechts. Dazu haben wir noch Wasser. So. Pech gehabt, mein Kleiner. Und bin gestorben. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, ehrlich gesagt. Das war wahrscheinlich sogar clever, dass ich sterbe. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, ehrlich gesagt. Du musst die Flagge. Du musst die Flagge immer holen, freundlicherweise. Du kennst die Map und du... Es ist gemein. Das ist echt gemein. Ich kann das Spiel halt ein bisschen besser, ne? Das ist echt gemein. Ja, weißt du. Aber das ist nicht das erste Mal. Du hattest ja auch schon mal ein Spiel besser gekannt. Also... So. Also kann man damit leben, glaube ich, oder? Nein! Komm, jetzt ruhig. Wie geil, Alter! Hast du gesehen? Wie geil war das denn? Alter, das Springen funktioniert überhaupt nicht. Ja, dann verletzt du dich auch voll übel. Musst du aufpassen. So. Das ist ja gut zu wissen. Ach, deswegen bin ich wahrscheinlich vorhin gestorben. Ja, du musst echt aufpassen hier. Hast du die Flagge jetzt genommen? Ich hoffe. Ich bin mir da nicht so sicher. Alles klar, jetzt springt der da vorne runter. Das ist ja ziemlich blöd. Bleib stehen. Scheißspiel. Mag ich nicht. Wie geil. Du machst die ganze Arbeit. Ich knill dich einfach und krieg die Flagge zurück. Jetzt bin ich aber auf der falschen Seite. Das ist deine Chance, Alter. Das ist deine Chance. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich hab keine Ahnung, was ich machen muss. Okay. Du musst dich mal ein bisschen umgucken. Das wird dir immer angezeigt, wo die Flagge ist. Guck mal, da vorne bist du. Das wird dir angezeigt. Dann musst du mal, dreh dich mal um. Da, siehste. Ah, das ist ja gut zu wissen. Ich bin halt Pro-Game auf einem neuen Level. Mach dir nichts draus. Naja, du kennst das Spiel. Boah, ich mach dich fällig, Alter. Du musst keine Schlitte haben. Ach, jetzt hab ich die nicht getroffen, fack. Was machst du denn? Du hast ja keine Muni mehr. Ich hab keine Muni mehr. Ich auch nicht. Ich hab keine Muni mehr. Ich auch nicht. Ich bin eh tot. Ich bin eh tot. Ach, das kacke. Gefällt mir nicht. Nein. Ich hab eigentlich sogar fliegen gedrückt, komischerweise. Na gut, jetzt muss ich alleine im Kampf gegen euch bestehen. Man verletzt sich so aus. Das ist nur bescheuert. Das ganze Game ist total sinnlos. Was hab ich da? Ah, Schutzschild. Cool. Hätte ich mal lieber aufgehoben. Ja, ganz genau kenn ich das natürlich auch nicht. Auch wenn der Gronkh das jetzt... Ah! Geil. Die Steuerung ist für'n Arsch. Man kann... Hey, du hast dich repariert. Das finde ich nicht... Naja, toll. Jetzt... Nein! Nein! Lass es sein! Boah, die Steuerung ist so für'n Arsch. Mann! Ich geh wieder auf. Ne? Krass. Boah, Alter, die Steuerung ist auf'n Arsch. Ruppel, was ist das für'n Kackspiel? Komm schon! Komm schon! Gib mich aber auf! Jaaaa! Was? Was ist das denn? Nein! Ich hab' die Flagge! Juhu! Ich hab' aber keine Ahnung, wo ich sie zurückbringen nutz. Da, wo's angezeigt wird. Schau' dich einfach um. Zu deiner Bar. Oh, ich soll' ich nicht da oben hinkommen. Ich kenn' die Map doch nicht. Gehäume! Jetzt nach links. Da die Treppe hoch. Ich war noch nie hier. Ich kenn' das alles gar nicht. Lauschhase! Sauber! Hab' du gut gemacht. Jetzt darfst du dafür in die Werbung gehen. Naja, ich bin aber auch dafür tot. Nein! Also, nach diesem verkackten Scheiß-Mist-Spiel, was keiner sehen will. Nein, das Spiel an sich wird bestimmt toll, wenn's mal fertig ist. Und es macht mehr Spaß, wenn man die Map kämpft, du kleines Wiesel. Kämpft! Jetzt Werbung. Ich rum mir jetzt noch schnell die Flagge. In der Zwischenzeit erwürge ich Sarraza ein bisschen. Und dann flieg ich am Sonntag alleine nach L.A. So! Macht's gut, Freunde! Bis gleich nach der Werbung. Es wird bestimmt toll! Wow! Diese Produkte! Ich hab' die Flagge! Ja, scheiße!